Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, man weiss es ja. Nach jedem Essen oder auch mindestens dreimal täglich sollte man ja 10 putzen. Aber wie macht man das richtig, Frau Reber? Das ist tatsächlich ein Problem. Viele Leute putzen ihre Zähne von links nach rechts. Das schadet den Zähnen und dem Zahnfleisch. So ist es richtig. Mit kreisenden Bewegungen, jeweils vier Minuten lang. Damit verhindern sie, dass sich auf den Zähnen ein bakterieller Belag bildet, die sogenannte Plagg. Und was bewirkt die Plagg? Die Plagg, der bakterielle Zahnbelag, bewirkt die beiden bekannten Zahnkrankten. Karies und Baradamthose. Dankeschön, Frau Reber. Zu einer gründlichen Zahnpflege gehört natürlich auch die richtige Zahnpaste. Und da können Sie bei Coop unter den bekanntesten Marken auswählen. Wie zum Beispiel Signal mit Fluor. Klinisch testet auf die Wirksamkeit gegen Karies. Oder Dentagard, die in zahlreichen Tests erprobte Spezialzahnpaste gegen Zahnfleischprobleme. Delmex mit Aminflurid gegen Karies. Nachgewiesen durch den grössten klinischen Karies-Test. Die Golgette Zahnpaste ist besonders frisch im Geschmack und bekämpft wirksam den Mundgeruch. Und Pelldent mit Fluor für weisse, gesunde Zähne zum günstigen Familienpreis. Bei Coop finden Sie natürlich auch richtige Mundwasser. Auch toll für einen sympathisch frischen Atem. Sie sehen, Coop hat alles für die richtige Mund- und Zahnpflege. Und eben zur günstigen Cooppreise. So, und jetzt, liebe Kinder, habt ihr die Zähne schon geputzt? Jaaa! Ja, das ist ja toll. In den Coop-Läden gibt es für Kinder kleinere Spielzeugparadiese, wo sie Eisenbahnen, Autos, Plüschtier, Baby und noch vieles andere bekommen. Und da sehen wir gerade Gilbert und Miriam sind schon voll am Spielen. Und dieses Spiel heisst, wir gewöhnt. Bravo, hast du schon gewonnen. Es ist nämlich ganz schwierig, man muss mit vier Steinen eine Reihe bilden können. Bei Coop gibt es jetzt auch interessante elektronische Spiele, die viel Geschicklichkeit und Konzentration erfordern. Sie sehen, Coop macht auch Wunschträume wahr. Zu familienfreundlichen Preisen, wie sie sich das bei Coop ja gewöhnt sind. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Und achten Sie jetzt noch auf die aktuellen Coop-Aktionen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Dose Midi-Eier-Ravioli Gastronom an 880 Gramm statt 3,50 nur 2,70. 400 Gramm Goldstar-Dorschfilet tiefgekühlt statt 3,80 nur 3,10. Und zwei Doppelbecher Tamtam-Flan für nur 70 Graben. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag zwei Flaschen Coop Sonnenblumenöl statt 6,80 nur 5,80. Eine Flasche Coop Himbeersirup nur 2,90. Und als aktueller Preisschlager ein Paar Kinder Manchester Jeans Textar 10 bis 14 Franken je nach Grösse. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017